Moin Leute, ich war gestern in John Wick Chapter 4 und bevor ich in den Film gegangen bin, dachte ich mir, okay, der Film muss ja eigentlich nur drei Kriterien erfüllen für mich, damit er richtig gut wird, beziehungsweise als guter Nachfolger für die anderen Teile gilt. Und ich dachte mir, diese drei Kriterien könnte ich ja eigentlich als Kapitel für dieses Video nehmen und deswegen, ja, haben wir diese drei Kapitel, beziehungsweise vier. Kapitel 1, die Action ist, denke ich, selbsterklärend. Kapitel 2, die Kamera, dass das alles gut aussieht, wie auch in den anderen Teilen. Kapitel 3, das Worldbuilding und Kapitel 4, das Fazit. Deswegen würde ich sagen, legen wir mal los. Und wir beginnen mit Kapitel 1, der Action. Ja, John Wick, die John Wick-Filme sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie eine super krasse, super intensive, super komplizierte Geschichte hätten. Ja, der erste Teil hat original damit angefangen, dass jemand John Wicks Hund getötet hat. Und klar hatte dieser dann für ihn eine besondere Bedeutung, weil das ein emotionaler Anker war zu seiner Frau, die vorher gestorben war. Das war das Letzte, was er quasi von ihr übrig hatte. Und dadurch, dass er getötet wurde, war das auch das letzte Stück Menschlichkeit, was ihm genommen wurde und so weiter und so fort. Allerdings stand schon immer eigentlich die Action im Vordergrund bei John Wick, ja, denn, ja, ein ehemaliger Stunt-Koordinator aus Hollywood war dann hier Regisseur, nämlich Chad Steralski mit seinem Kollegen, den ich hier einfügen werde. Und genau, das heißt, er hatte schon mal einen ganz anderen Blickwinkel darauf, wie man Action inszenieren muss, wie man Action filmen muss, wie man, ja, das Ganze aufbaut, eine Szene, Action-Szene aufbaut, damit die wirklich auch, ja, einfach Impact hat, damit die einen gewissen Flow hat und auch den Zuschauer abholt und mitten in den Film reinzieht. Und das Lustige ist, Chad Steralski und sein Kumpel, die haben sich halt niemand anderen dann dafür geholt als Keanu Reeves, der dann hier John Wick spielt und der hatte auch im Vorhinein viele Vorbereitungen, damit er halt die ganze Action selber drehen konnte. Und, ja, das Ganze hat dann auch funktioniert, ja, der Film hatte wirklich sehr, sehr geile Action und hat im Prinzip gezeigt, dass auch aus Hollywood endlich mal wieder gute Actionfilme kommen könnten. Ja, das, was ja das asiatische Kino vorher so ein bisschen für sich beansprucht hat, kann man sagen, äh, ja, konnte, da konnte Hollywood sich so ein bisschen rehabilitieren, zumindestens in den John Wick-Filmen. Auch hier im vierten Teil haben wir jetzt wieder eine sehr simple Story. John Wick zieht in den Krieg gegen die Kammer. Ende. Das war's. Mehr Story muss man im Prinzip nicht wissen für diesen Film. Und, äh, ja, auch hier ist die Actionfilme da sehr, sehr, ähm, großzügig vorhanden, könnte man sagen, ja. Es gibt wirklich viele Action, also nicht einzelne Action-Szenen, mehr größere Action-Pieces, die dann auch wirklich mehrere, äh, Minuten andauern, ja, dass man wirklich zum Beispiel eine Verfolgungsjagd hat, die dann einfach mal 20, 30 Minuten geht, ja, wo dann immer wieder Zwischenstops eingelegt werden, um dann verschiedene Action-Sequenzen wieder zu inszenieren an verschiedenen Orten mit verschiedenen, ähm, Gegenständen, ja, weil was die John Wick-Filme auch immer hatten, waren kreative, ähm, Lösungen für ihre Action-Szenen, ja. Ich erinnere da zum Beispiel an Teil 3, die ja, wo es, ähm, einmal in so einen Pferdestall reinging, wo John Wick dann tatsächlich auch mit Pferden gegen die Bösen gekämpft hat, kann man sagen. Oder die grandiose, ähm, Motorrad-Sequenz, wo dann auf den Motorrädern mit Katanas sich gegenseitig, äh, ja, die Reifen unter anderem, aber auch andere Sachen zerschlitzt wurden. Und es wurden immer mal wieder so kreative Sachen mit reingeschmissen, die die Filme halt auch frisch gehalten haben, ja, genauso wie der Humor, der gehört ja auch dazu. Und, ähm, ja, das Ding ist aber tatsächlich, dass, nicht, dass die Action ermüdend wird, aber dass mir gerade hier am Anfang so ein bisschen, ähm, ja, der Flow gefehlt hat, ja, auch so ein bisschen dieses, ähm, auf den Punkt, dass man nicht sagt, wir drehen jetzt wirklich eine Sache zehn Minuten lang durch und das wiederholt sich auch immer wieder, weil hier haben wir wirklich so einzelne Punkte in diesen Sequenzen, die es dann wirklich wiederholt haben und die dafür gesorgt haben, dass die Action-Sequenzen so ein bisschen auch sich gezogen haben. Und das ist dann, je weiter der Film fortgeschritten ist, äh, ist das immer weniger aufgetreten. Allerdings gerade am Anfang ist mir das doch sehr aufgefallen, was dafür gesorgt hat, dass der Anfang des Films auch so ein bisschen, ja, schon sich gezogen hat. Auch wenn ich die Location sehr, sehr, sehr cool fand, gerade am Anfang. Aber gut, und wie gesagt, später wird das dann immer interessanter, weil man dann wieder auf diese kreativeren Mittel zurückgreift und dann zieht er in der Film wieder rein. Aber, ne, muss man ja auch, äh, so sagen, dass der Anfang des Films sich doch etwas gezogen hat. Ja, machen wir weiter. Weiter geht's mit Kapitel 2, der Kamera. Denn, was die John-Wick-Filme auch immer hatten, war Style auf jeden Fall. Und das lag nicht zuletzt daran, dass die Kamera immer wieder sehr interessante Wege gefunden hat, nicht nur die Action einzufangen, sondern auch die Locations. Die Locations waren teilweise hier auch wirklich die Nebendarsteller. und konnten auch dafür sorgen, dass sich die Filme frisch angefühlt haben, weil halt, äh, in Actionfilmen sonst nicht ganz so viel, ähm, Fokus auf den Orten liegt, auf den Drehorten, ja. Oder dass man vielleicht sich wirklich Zeit lässt, um auch mal die Orte auf sich wirken zu lassen, um Atmosphäre aufzubauen. Das haben die John-Wick-Filme immer anders gemacht, wie ich finde. Und das ist auch hier, äh, zum Großteil tatsächlich der Fall. Es werden ja hier auch drei große Städte, sag ich mal, gezeigt. Und die werden wirklich schön eingefangen und teilweise auch unterschiedlich eingefangen. Es gab immer mal wieder echt schöne Kamerasequenzen und auch Bilder, die man so eigentlich nicht im Actionfilm finden würde. Gerade gegen Ende, wenn man dann, äh, in Paris ankommt, gibt es eine, ich bin mir grad nicht sicher, ob die schnittfrei war, auf jeden Fall eine Sequenz, die sehr interessant gefilmt wurde und die wieder gezeigt hat, dass man hier wieder versucht hat, wirklich kreative Wege zu finden, die Action zu inszenieren, ja. Das hatte ich ja schon im Action-Part gesagt. Und das zieht sich hier auch weiter mit der Kamera, dass man wirklich immer wieder versucht hat, selbst wenn's an sich, ne, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Action-Szene für einen John-Wick-Film war, dass man die zumindest mit der Kamera so ein bisschen hat frisch wirken lassen. Und das hat man hier dann auch wieder gemerkt. Und die Kamera ist hier halt auch wirklich so wieder der heimliche Star des Films. Es werden immer wieder schöne Aufnahmen generiert, gerade auch gegen Ende dann, ähm, wenn man immer mehr Sonnenaufgänge sieht, Sonnenuntergänge sieht. Ja, es wird generell in dem Film sehr viel auch mit Licht gespielt. Ähm, hat man hier immer wieder schöne Bilder. Und ich find das halt sehr geil. Vor allem auch später im Hinblick auf die 4K-Blu-Ray sollte das dann doch wieder ein sehr, sehr, äh, ja, schöner Schmankerl für Heimkino-Fans werden. Der Sound genauso, der war hier auch sehr, sehr, äh, kräftig und präsent. Bei uns im Kino hat mir so ein bisschen die Direktionalität gefehlt, so ein bisschen, wo die einzelnen, äh, Soundeffekte herkamen. Aber das kann natürlich auch daran liegen, ne, am Kino oder daran, dass ich einfach gerade nicht so gut höre. Man weiß es nicht, ja. Ja, da gibt's ja immer wieder verschiedene Sachen. Allerdings, wenn das im Heimkino kommt, im Heimkino kommt, dann werden wir das Ganze natürlich auch wieder testen. Dementsprechend könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen, damit ihr das nicht verpasst. Kommen wir jetzt zu Kapitel 3. Ja, Kapitel 3. Das Worldbuilding. Denn, was John Wick mit seiner Story nie so ganz erreichen konnte, ja, die war zwar schon irgendwie, gerade beim ersten Teil, interessant und emotional so ein bisschen aufgeladen. Allerdings wurde das dann in den darauffolgenden Filmen nie so wirklich, ähm, ja, verbessert, beziehungsweise lag da nie so der Fokus drauf. Das hat man aber immer wieder, wie ich finde, auch durchs Worldbuilding dann ausgeglichen. Denn wie die Welt hier aufgebaut wurde von John Wick, diese Unterwelt, ja, mit den, ähm, mit dieser eigenen Währung, diese Münzen, diese goldenen, dann halt noch den ganzen Hotels, die Continentals, die als Safe Place dienen, dass man da seinem Geschäft nicht nachgehen kann, ja. Also, dass man da niemanden umbringen darf oder verletzen darf, generell. War halt immer sehr interessant, vor allem dann auch, dann im zweiten, beziehungsweise dritten Teil haben wir dann ja auch mitbekommen, okay, da steckt nochmal mehr dahinter, da ist wirklich so ein ganzes Gremium, da ist diese Kammer. Und, ähm, deswegen war ich sehr interessiert daran zu sehen, wie sie das denn jetzt im dritten Teil, ach, im vierten Teil weiter ausbauen. Und vor allen Dingen auch, wie sie mit den ganzen Elementen noch weiter spielen. Da muss ich sagen, gab es in dem Film tatsächlich eher weniger, lustigerweise. Wir hatten zwar neue Elemente auch mit drin, einzelne, allerdings waren das eher so kleine Sachen. Und das war nicht so, dass wirklich diese Welt noch weiter geöffnet wurde für uns, damit wir halt, ne, dieses Interesse an dieser Welt noch weiter vertiefen konnten. Das war vielmehr so, okay, ihr habt jetzt im Prinzip alles gesehen. Und jetzt zeigen wir euch nochmal so die Feinheiten dieser Regeln, die ihr schon mitbekommen habt und dieser Welt, die wir euch schon gezeigt haben. Und das fand ich ein bisschen, ja, nicht schade, weil im Endeffekt haben wir ja schon relativ viel gesehen von dieser Welt. Allerdings, ähm, ja, hätte ich doch schon noch ein paar Parlamente vielleicht mehr gesehen, ja. Gerade auch mit dieser Kammer, das vielleicht nochmal so ein bisschen mehr hervorgehoben, was man dann noch hätte machen können. Und, ähm, auch der Hauptbösewicht, der hier von Bill Skarsgård gespielt wurde, der kam so ein bisschen aus dem Nichts, ja. Der wurde ja früher so gar nicht aufgebaut. Und das war ja auch im zweiten Teil so, mit, ähm, die italienische Mafia war das, glaube ich. Allerdings, äh, hatte die dann wieder eine Verbindung zu John Wicks Vergangenheit. Und hier haben wir das eher nicht so. Hier haben wir das wirklich so, der Typ kommt, der sorgt halt für Stress. Und das ist so sein einziges Ding. Und das finde ich ein bisschen schade, ja. Da gab es auch noch einen anderen Charakter, der so gar nicht erklärt wurde. Der wurde wirklich einfach nur reingeschmissen, weil er cool war. Und das war ja tatsächlich. Aber er hat halt keine Geschichte. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Ding, was gerade potenziell mit der John Wick-Reihe gemacht wird, dass sie jetzt in diesem vierten Teil einfach Charaktere auch etabliert haben, die vielleicht dann noch ihren eigenen Spin-Offs kriegen, in Form von Serien oder Filmen. Ne, Ballerina ist ja schon angekündigt, äh, von Chet Stachalski. Äh, ja. Finde ich ein bisschen schade, vor allen Dingen, weil hier gefühlt auch so ein bisschen weniger der Fokus dann auf John Wick selber lag. Er war schon irgendwie noch mit drin, hatte aber auch nicht mehr ganz so viel zu sagen. wie in den anderen Teilen. Er hatte wirklich nur One-Liner und das auch, äh, ja, in einer wiederholenden Sache, sag ich mal. Ja, also er hat wirklich nur zwei, drei, vier Sätze, die er im ganzen Film wiederholt. Und in den anderen Filmen hat er irgendwie ein bisschen mehr zu sagen gehabt, hatte ich so das Gefühl. Amen. Gerade auch, weil man hier jetzt wieder Leute aus seiner Vergangenheit sieht, die mit ihm befreundet sind, mit denen er aber fast nichts so richtig zu tun hatte. Das hat mich doch ein bisschen gewundert dann. Gerade auch im Hinblick zum Beispiel auf Winston, mit dem er ja schon eine Vergangenheit hat und mit dem er dann auch immer so ein bisschen Schlagabtausch hat. War jetzt hier in dem Film von den neuen Figuren, die halt mit ihm eine Vergangenheit hatten, aber weniger der Fall. Das fand ich dann doch sehr schade. Und ich würde sagen, damit kommen wir dann jetzt auch zu Kapitel 4, dem Finale, deren Fazit. Ja, was kann ich im Endeffekt zu John Wick sagen? Es ist eine schöne Erweiterung zu der Reihe. Eine, die nicht so viel Gewicht hatte wie die anderen Teile, finde ich. Die Action ist wieder gut inszeniert, gerade gegen Ende raus, der Anfang eher weniger. Da war es mir ein bisschen zu viel zu überbordend, zu ausgedehnt. Einfach manche Actionsequenzen und zu unnötig verlängert. Aber, ja, das Worldbuilding war interessant. Nicht so tiefgreifend wie die letzten Teile. Ihr seht schon, da zieht sich so ein kleiner roter Faden durch. Insgesamt gesehen ist es schon eine schöne Erweiterung. Schon schön, dass wir wieder John Wick sehen, in Action sehen. Allerdings, finde ich, hat es den Film insgesamt gesehen jetzt nicht unbedingt gebraucht. Rein storytechnisch, klar wurde es im dritten Teil angeteast, dass da jetzt was kommt. Allerdings hätte das Ganze mit dem dritten Teil auch ruhig enden können. Erstmal, um dann wirklich so ein paar Jahre zu warten, ein paar neue Ideen sich zusammenzusuchen. Und das dann wirklich wieder in diesem, ja, ich sag mal so, Zwei-Stunden-Paket wieder zu verpacken. Damit man halt wirklich ein schönes Pacing hat, einen schönen Flow wieder mit drin hat, dem dieser Film so ein bisschen fehlt, abhanden kommt. Und das, ja, ist im Prinzip alles, was ich zu John Wick 4 zu sagen habe. Wenn ihr den Film nur im Kino gesehen habt, dann schreibt mir doch gerne mal, wie ihr ihn fandet. Oder was ihr generell von der John Wick-Reihe findet. Ich finde ja tatsächlich bis jetzt, ja, wie gesagt, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich die sehe. Gerade auch die ersten drei Teile. Ich werde mir den vierten auch, klar, fürs Heimkino holen. Ich glaube, ich habe den sogar schon vorbestellt. Und dementsprechend kommt dazu natürlich auch ein Test, den ihr nicht verpassen solltet, wenn die 4K Blu-Ray ankommt. Ja, das war es von mir für heute. Wir sehen bzw. hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und ciao! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.